hallo grüßt euch die kanalnews heute am sonntag den 20. februar 22 news ausgabe nummer 8 in diesem jahr und auf diesem kanal schön dass ihr da seid die news wie üblich ein kleiner ausblick ein kleiner rückblick die letzten kanal wochen wie auch immer als auch ein kleiner ausblick in die nächsten kanal wochen was uns da alles erwarten wird aber genauso auch ein klein bisschen ausblick was an themen hier auf dem kanal soweit gerade gegeben hat und ein paar gedanken von mir auch noch die so ein bisschen in das thema biken und ebiken hineingehören fangen wir aber ganz vorne mal an auf dem thema rückblick letzte woche im dienstags video ging es ein ganz klein bisschen darum um das thema wie verbinde ich mein neues smartes ebike von bosch mit der bosch flow app und wie melde es an der bosch cloud an dass auch die kommunikation zwischen ebike und zwischen der app funktionieren kann ja mittlerweile klappt ich musste halt dann doch mal ein neues konto anlegen aber gleich noch ein bisschen mehr news dazu zu meinem problem wo ich im vorfeld hatte kommunikation klappt zwischen ebike app und zwischen ebike natürlich klar die app ist noch relativ rudimentär da ist noch kaum großartig an funktionen irgendwas drin aber sei es drum es hat funktioniert übrigens alle wieselischen woche in der ecke oben verlinkt als auch unten in der beschreibung die könnt ihr euch einfach noch mal abchecken im video gestern am samstag ging es um das thema access schaltgruppen besser gesagt ein umbau von einer mechanisch betriebenen schaltgruppe von sram auf die access gx schaltgruppe als elektronische schaltgruppe am bike ich finde die coole schaltgruppe macht einfach richtig laune sie super direkt sie macht richtig spaß und vor allem ist sie halt sehr wartungsarm weil sie halt einfach vernünftig funktioniert und halt vor allem was ich richtig cool finde bei diesen access schaltgruppen sämtliche einflüsse von außen temperaturunterschied der seilzug lenkt der bautenzug lenkt sich oder 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 habe ich nicht ich muss kaum was nachstellen oder eigentlich fast gar nichts nachstellen die schaltperformance ist einfach auf den punkt und deswegen liebe ich diese elektronischen schaltgruppen auch so arg weil ich sie einfach richtig richtig cool finde und zurück zum einigen problem news letzte woche ging es ein klein bisschen um das thema ich konnte mich mit einer bosch flow app und meinem bike nicht bei bosch anmelden oder gar nicht konnektieren wie auch immer völlig egal mittlerweile ist das problem bei mir zumindest behoben indem ich einfach mir ein neues konto bei bosch unter neuen e mail angelegt habe warum auch immer das nicht gegen ich kann sein nachvollziehen ich kann nur ein zusagen ich habe mir damals dieses konto bei bosch angemeldet gleich nachdem der eurobike rum war und auch die bursch flow app verfügbar war und habe spaß einfach mal ein konto mir angelegt um zu schauen ob da irgendwas geht nicht viel und im nachgang war dieses konto bei bosch einfach nicht mehr brauchbar mir konnte allerdings da von bosch auch keiner sagen ob es daran liegt also konnte ich auch gar nicht fragen ob es daran dass meine kontoanstellungen einfach mal schon mal angelegt waren und andere probleme damit gab ich habe keine ahnung auf jeden fall mittlerweile hat die kommission klappt mit dem bosch server und mit meiner flow app und dem bike natürlich glaube ich gesagt die app ist noch sehr rudimentär da fehlt nur ganz viel an vernünftigen funktionen dann habe ich euch an news mal ein kleines anderes thema als es sonst immer so ein bisschen fall war ich habe ein bisschen buchtipp für euch liegen wo ich ein bisschen mit rein nehmen möchte und gerade wenn diejenigen die sich in diesem mtb sport klein bisschen neu anfangen einfach ein klein bisschen basics an fahrtechnik brauchen habe ich von einem sehr sehr guten mtb oder mtb fahrer der auf youtube sehr sehr aktiv ist ein buchtipp gefunden oder habe das buch mir einfach auch schenken lassen deswegen habe ich auch jetzt hier liegen das ist der mark protesser kennt ihr wahrscheinlich alle macht natürlich auch sehr viele social media und auch sehr viel youtube hat auch mit der fahrschule mit also e bike fahrschule relativ viel schon gemacht kann ich cool fahren der mensch und deswegen habe ich den buchtipp einfach hier liegen das buch ist richtig cool gerade für auch einsteiger die sagen okay ich will ein paar tipps holen oder auch fortgeschrittene zum thema fahrtechnik ein bisschen werden bikes beschrieben ich finde das buch schon ganz cool deswegen habe ich mir auch einfach aktiv schenken lassen und da kann man immer was mitnehmen egal wo man am fahren ist ich glaube ein bisschen ja sich einfach dabei das thema reinzuarbeiten macht immer noch sinn buch verlinke ich euch übrigens auch mal unten in der beschreibung wie auch alle videos die könnt ihr euch dann einfach noch mal abchecken in der letzten woche und dann noch ein kleiner punkt in der thema kanal intern und thema kanal video qualität so die letzten zwei drei wochen fängt es an dass meine videos aktuell ich produzieren anfange in 4k schon immer das ist klar aber aktuell bin ich auch daran dass ich sie aktuellen 60 fps ausrendere also von der qualität noch einen kleinen sprung nach vorne gemacht habe ich denke es keine riesen meldung wert aber ich glaube für all technikfreaks die sagen okay youtube hat mit 60 fps auch ein bisschen was am hut oder ihr habt einfach einen coolen fernseher der das einfach kann denjenigen möchte ich einfach die qualität auch ein bisschen bieten natürlich der ganze kamera workflow den ich habe kann nicht überall 60 fps deswegen muss ich manche qualitäten einfach auch hoch rendern soweit einfach ein klein bisschen back aus dem kanal leben was mich so auch noch jeden tag im hintergrund mit euch ein klein bisschen beschäftigt ausblick in nächste woche hinein was kommt alles was alles kommen schrauber folgen ganz ganz klar und davon wird eine kommen wie drehe ich mein kirx 300 display rum dass es wieder unten neben steuersatz sitzt und nicht oben auf dem lenker so arg präsent drauf sitzt gerade als schutzfaktor wenn man irgendwas anschlägt dass er kaputt gehen könnte aber auch viel mehr aus optischen gründen dass es nicht so arg präsent da oben rum hängt wird es ein video geben genauso auch das thema diebstahlschutz wird dabei sein vom kirxdisk 300 wie kann ich es für diebstahl schützen und welche gedanken hat der bosch aus dem hut gezaubert dass es möglich wird auch das aktuelle display auf dem bike dauerhaft zu lassen ohne es auch gegen diebstahl zu sichern ist mittlerweile auch eine lösung die ich vorher nicht wusste deswegen bringe ich es euch im separaten video nochmal an und ich bin da auch gespannt wie bosch damit umgehen wird ich finde die lösung nicht schön aber sie ist einfach da und man kann sein display auch dann gegen diebstahl weiterhin sichern aus der allen aktuellen bosch kiosk 300 serie und dann noch eine kleine frage an euch das bike ja beginnt ja langsam wieder das wetter wird besser und so langsam kommen wir auch in den bereich rein wo wir jetzt sagen können ja das wetter wird cool wir können wieder rausfahren wenn Ende februar ich glaube so lange geht es nicht wieder vernünftig fahrbar ist alles auch das thema videoideen hier auf dem kanal habt ihr eine idee was ihr sagen wollt ja genau diese videoidee würde ich hier nochmal gerne sehen sowohl schraubervideo als auch immer ich bin da offen mal für vieles haut es doch einfach mal unten in die kommentare rein und dann können wir mal schauen was machen können und dementsprechend eine coole videoserie oder eine coole videoreihe einfach draus zu machen ich bin da immer wieder dabei immer wieder neue projekte einfach mal wieder aufzurufen oder auch zu probieren manche projekte laufen einfach gut und länger und manche laufen einfach nur kürzer weil sie irgendwann einfach sich totlaufen oder manche formate finde ich auch immer schade es gab schon im kanal viele projektideen die langgelaufen sind die news folge hier ist es seit anfang des kanallebens eigentlich schon aber andere ideen haben sich einfach von euren zuschauer zahlen nicht wirklich durchsetzen können also wie gesagt haut einfach unten in die kommentare rein was ihr für ideen habt für video projekte oder für formate dann können wir mal schauen was machen können soweit diese news folge für heute lasst ein abo da lasst ein like da folgt mir auf instagram und bis zum nächsten mal ich freue mich riesig bis dann macht's gut und ciao